Wenn aus einem Traum ein Ziel wird, wenn aus einem Stück Stoff der Stoff für Legenden wird, wenn aus Anstürmen Rückenwind wird, wenn aus 80 Millionen ein Team wird. Deutschland feiert mit Bitburger, offizieller Partner der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Fans. Wenn aus Bier Bitburger wird. Deutschland feiert sich schon mal warm für Brasilien und Coca-Cola feiert mit. Mit einer Million Fußbällen. Gewinne gleich zwei. Einen für dich, den anderen spendet Coca-Cola an ein soziales Fußballprojekt. Hier hin, der Cock. Übrigens, das ist gar keine Coca-Cola. Das ist Cock Zero. Echter Geschmack? Null Zucker. Und siehst du, wenn du willst, kannst du alles haben. Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer. Und wir sind gar nicht im Wohnzimmer, sondern im Stadion. Und wir feiern den Sieg. Aber nicht hier, sondern hier. Und wenn du nach Hause kommst? Bin ich nicht mehr Manuel Neuer. Du kannst alles haben. Mit Coke Zero. Echter Geschmack. Null Zucker. Coca-Cola. Mach dir Freude auf. Also zum Grillen empfehle ich Lamm, Lachs und Kräutermarinade oder hier, weckere Putenspieße oder... Mama, ist da wirklich jemand drin? Ja, bald bekommst du ein Geschwisterchen. Guten Tag. Hallo. Also zum Grillen empfehle ich Lamm, Lachs und Kräutermarinade oder hier, weckere Putenspieße oder... Mama, ist da wirklich jemand drin? Ja, bald bekommst du ein Geschwisterchen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Oh, das bekommt ihr. Zehn Holzfällersteaks, drei Kilo Spare Ribs und 20 Bratwürste. Wir lieben Lebensmittel. Ich bin gar kein echter Koch, aber die Frosta Zutaten, die sind alle echt. Seit über zehn Jahren gibt es bei Frosta keine Zusatzstoffe, keine Ausnahme. Auch bei unseren neuen Fischprodukten, nur aus nachhaltigem Wildfach. Keine Tricks, keine Geheimnisse. Frosta ist für alle da. So sah ich aus, bevor ich mit Jokebe abgenommen habe. Einfach Mahlzeiten durch Jokebe Shakes ersetzen. Die Jokebe-Diät erlaubt sogar leckere Gerichte. Hör zu, das mit uns klappt nicht. Das ist mein neuer Schatz. Dann sag ich's gleich mal, Bernhard, der hat im Schrank kaum Platz. Dein neuer. I feel so alone again. Wer gut ist, nascht, der fühlt sich besser. Katjes grüner Hase, ohne tierische Gelatine. Jetzt probieren. Katjes grüner Bärchen. Seit wann kennen wir uns? War das nicht 2006 beim Musikfestival? Oh, was ist das? Alter, du bist auf meinem Zelt gelandet. Wir haben gleich gemerkt, dass uns viel verbindet. Wir feiern sogar Weihnachten zusammen. Selbst meine Mutter mag ihn. Okay, es gibt ein Problem. Wer steht auf Bayern? Ich auf Dortmund. Das Leben ist schöner, wenn man es mit anderen teilt. Neu bei KFC. Der Boss. 100% Filet, frisch paniert vor Ort. Ist das doch Fast Food? Seit wann kennen wir uns eigentlich? War das nicht 2006? Das Musikfestival? Oh, das ist auch so. Genau, 2007. Alter, du bist quasi auf meinem Zelt gelandet. Wir haben gleich gemerkt, dass uns viel verbindet. Wir haben den gleichen Musikgeschmack. Wir feiern sogar Weihnachten zusammen. Meine Mutter hat ihn auch ins Herz geschlossen. Okay, es gibt ein Problem. Er steht auf Bayern und ich auf Dortmund. Das Leben ist schöner, wenn man es mit anderen teilt. Neu bei KFC. Die Hot Filet Bites. 100% Filet. Scharf paniert vor Ort. Ist das noch Fast Food? So, so gut. Wir haben wahrscheinlich mehr Muttertage mitgefeiert. Mehr Geburtstage. Mehr Osterfeste als irgendjemand sonst. Aber manchmal sind es gar nicht die großen Momente. Wir haben wahrscheinlich mehr Muttertage mitgefeiert. Mehr Geburtstage. Mehr Osterfeste als irgendjemand sonst. Aber manchmal sind es gar nicht die großen Momente. Ihr Bauch beschwert sich nach dem Essen? Verursacher ist oft Laktose, die in mehr Lebensmitteln steckt, als man denkt. Hier hilft Lacto-Stop. Lacto-Stop stoppt die Laktose. Gut verträglich. Einfach zweit. Ihr Bauch beschwert sich nach dem Essen? Verursacher ist oft Laktose, die in mehr Lebensmitteln steckt, als man denkt. Hier hilft Lacto-Stop. Lacto-Stop stoppt die Laktose. Gut verträglich. Essen ist da. Dein Hunger? Unsere Mission. Bestell dein Essen jetzt online auf Lieferheld.de oder per App. Big Mac. Auf jeden Fall. Als ich ganz klein war, ist ja logisch, dass ich Happy Meal gegessen habe. Aber dann eines Tages haben meine Eltern mir angefangen einzutrichen, dass Big Mac viel leckerer ist, weil sie keine Lust mehr auf die Spielzeuge zu Hause hatten und weil ich auch schon aus dem Alter rausgekommen bin. Da hat es schon angefangen so mit dieser Sache, dass man jetzt seriöser und älter werden sollte. Und da habe ich das einmal probiert und ja, dann hat es angefangen. Seitdem bin ich verliebt. Da werde ich oft für ausgelacht. Also ich kaufe zwei Cheeseburger und zwei Chickenburger, nehme von dem Cheeseburger die eine Unterseite ab und packe den Chickenburger oben drauf. Und das esse ich dann zusammen. Sodass das wie so ein selbstgemachter Big Mac ist. Ja, so esse ich meinen. Mein Burger. Aber es schmeckt. Also ich esse es, ein Kumpel hat es mir gezeigt und seitdem esse ich es nur noch so. Der neue Kaffeegenuss von Melitta. Jetzt mit nussiger Note. Die Bella Crema Selection des Jahres. 100% feinster Arabica Bohnen. Gereift auf fruchtbarer Vulkanerde. Volcano Panama. Geröstet für eine ganz weiche, nussige Note. Mh, wie gut schmeckt Panama. Die Bella Crema Selection des Jahres. Als ganze Bohnen und als Pads. Neu von Melitta. Hey, du nimmst doch nicht meine Müllermilch Coco Cabana? Nein. Nein. Schmeckt's? Jetzt neu Kokos und Ananas in Coco Cabana. Neu eure Coco Cabana. Mit ihrer Vielfalt und Raffinesse verfeinert Rama einfach jedes Gericht. Mh, mh. Rama. Eine für alle. Jetzt bei vielen Händlern zum Probierpreis. Die neuen Sorten Halbfett, Meersalz und Gold. Fleisch in Öl anbraten, das ist immer schwierig. Nie weiß man, wann der richtige Zeitpunkt ist, das Fleisch in die Pfanne zu geben. Da hilft Rama Colines. Denn Rama hat das Bratstart-Signal. Da kommt Müller. Müller schießt! Müller! Ja! Morgen mit Sonnenschein. Läu war selber! Ja! 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 Gutes Essen! Davon viel! Ramba, zamba, du Brasil! Rewe! Besser leben! Erfrischender Tegenuss. Einfach kalt aufgießen. Tee-Kanne-Frio. Null Zucker, null Kalorien, 100% Geschmack. Erfrischender Tegenuss. Einfach kalt aufgießen. Tee-Kanne-Frio. Null Zucker, null Kalorien, 100% Geschmack. Natürlich. Rein. Unberührt seit Jahrtausenden. Finza. Das reine Wunder der Natur. Frag nicht warum, sondern warum nicht. Weil du was zu erzählen hast. Dann mach es so, dass es alle hören. Wirklich jeder. Weil du absolut fest entschlossen bist. Egal was kommt. Lass dich ab und zu mal fallen. Das Leben ist kurz genug. Und he, wer sagt denn, dass du mit 45 zu alt zum Skaten bist? Weil's in dir steckt. Lass es raus. Dann mach's. Halt's fest. Sei echt. Probier's. Träume es. Jage es. Fang es. Liebe es. Aber egal, was du machst. Mach das einzig Wahre. Warsteiner. Hey, wenn du nach etwas suchst. Was echtem. Etwas, woran du wirklich glaubst. Weil du was zu erzählen hast. Dann mach es so, dass es alle hören. Wirklich jeder. Weil du absolut fest entschlossen bist. Egal was kommt. Und wenn's für immer ist. Dann vermassel's nicht. Weil du ein bisschen anders tickst. Hm, was soll's. Und he, wer sagt denn, dass du mit 45 zu alt zum Skaten bist? Oder ganz romantisch mit den Jungs abhängst. Prost. Weil du nicht aufhören kannst. Willst. Na dann mach einfach weiter. Ich würd's tun. Wenn du deine Frau vermisst. Deine Kinder. Deinen Hund. Und trotzdem ein Stück Heimat findest. Weil das der Moment ist. Und es alle spüren. Lass dich ab und zu mal fallen. Das Leben ist kurz genug. Weil's in dir steckt. Lass es raus. Weil heute die Nacht der Nächte ist. Morgen kann warten. Weil es sich so gut anfühlt, dass die Welt still steht. Dann mach's. Halt's fest. Lauf los. Sei echt. Probier's. Sei stolz. Träume es. Jage es. Fang es. Liebe es. Aber egal, was du machst. Mach das einzig Wahre. Warsteiner. Weinsommelier gerstet heute kein Wein, sondern Haarmilch. Niii. Also das ist keine Haarmilch. Das ist Frischmilch. Oder? Die neue haltbare Alpenmilch von Weinstephan. Untertitelung des ZDF, 2020